ARD Na Uli, gestern bist du ja nachts bei 26 Grad zur Arbeit gefahren. Wurde das heute nochmal getoppt? Nee, heute ging es tatsächlich. Es waren nur 21 Grad, weil gestern hat es ein bisschen geregnet gestern Abend und das hat dann tatsächlich ein bisschen Abkühlung gebracht. Warten wir mal ab, wie es heute wird am Mittwoch, dem 14. August. Wenn es heute wieder so heiß wird wie gestern und ihr im Auto unterwegs seid, dann habt ihr hoffentlich eine Klimaanlage. Meine ist gerade kaputt. Und hoffentlich habt ihr aber auch einen Führerschein im Auto. Viele meiner Freunde und auch Bekannten sagen schon, dass, weil sie es halt zahlen müssen, größtenteils, dass es schon eher abschreckt, den Führerschein überhaupt noch zu machen. Ja, das sagt Fahrschüler Ture Find aus Bad Arols in Hessen. Es wird einfach immer teurer, den Führerschein zu machen. Das Statistische Bundesamt hat das gestern mit Zahlen auch nochmal untermauert. Im vergangenen Jahr sind die Preise um fast 8 Prozent im Vergleich zu 2022 angestiegen. So heißt es laut Bundesverband der Fahrlehrerverbände in absoluten Zahlen. 2800 Euro bis sogar 3500 Euro kostet der Führerschein. Wow, das ist echt krass. Ich habe vor 17 Jahren meinen gemacht und ich weiß es nicht mehr ganz genau, nagelt mich nicht darauf fest, aber ich habe auf jeden Fall unter 2000 Euro bezahlt. Also klingt so ein bisschen, als würde ich von vor dem Krieg erzählen. So lange ist es ja tatsächlich noch gar nicht her. Der Fahrlehrerverband sagt, der Verkehr ist immer komplexer geworden, die Straßen sind voller und dadurch müssen die Fahrschüler einfach mehr Fahrstunden nehmen. Vor 20 Jahren ungefähr, also etwa zu meiner Zeit, stand nach 25 Fahrstunden die Prüfung an und jetzt brauchen die Schülerinnen und Schüler 45 bis 50 Fahrstunden. Und klar, das geht dann richtig ins Geld. Ich wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich heute noch die theoretische Prüfung bestehen würde, die ist nämlich auch umfangreicher geworden. Ein Viertel mehr Fragen sind in den vergangenen 25 Jahren dazugekommen. Und dann ist auch bei Fahrschulen generell vieles teurer geworden. Benzin und Diesel sind teurer und wohl auch die Lohnkosten der Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer. Interessant ist aber, dass der Lappen auf dem Land tendenziell günstiger zu bekommen ist als in der Stadt. Das scheint aber auch daran zu liegen, dass dort weniger los ist auf den Straßen. Es gibt aber auch heute ein paar Spartipps. Der Führerschein muss kein Vermögen kosten. Also man sollte unbedingt die Preise vergleichen und darauf achten, wie teuer die Fahrstunden sind. Das machen die Fahrschulen nämlich individuell. Es gibt zwar eine Grundgebühr, aber der Preis der einzelnen Fahrstunden ist schon wichtiger. Weil klar, je mehr Stunden, desto teurer wird es dann in der Summe. Und die Qualität ist aber auch nicht ganz unbedeutend, sollte man auch darauf achten. Also die Qualität der Fahrschule. Ist ja ganz einfach, ne? Wenn der Fahrschule nicht gut auf die Prüfung vorbereitet wird, der hat tendenziell, na klar, das Risiko durchzufallen. Dann fallen auch die Prüfungsgebühren doppelt an und es braucht auch noch mehr Praxis hinterm Lenkrad im Straßenverkehr. Da kann man sich dann wohl am besten auf Mund-zu-Mund-Propaganda verlassen. Denn einen Fahrschulvergleich, also wo jetzt die meisten Schüler bestanden haben, den gibt es bisher nicht. Und da fordert der TÜV auch mehr Transparenz. Also rein statistisch gesehen war die Chance, in der Fahrschulprüfung durchzufallen, noch nie so hoch wie im vergangenen Jahr. Die Theorieprüfung zum Führerschein Klasse B, also Auto, hat fast die Hälfte der Fahrschüler im ersten Versuch nicht bestanden. Und mehr als jeder Dritte ist auch durch die Praxis gefallen. Die Zahlen bestätigt auch Tim Malsack. Er ist Fahrlehrer in Saarlouis. Es gibt auch viele Fahrschüler, die brauchen dann fünf, sechs, sieben Anläufe. Das war früher nicht so der Fall. Tendenz ist steigend, muss man tatsächlich sagen. Also es ist selten, dass Leute beim ersten Mal tatsächlich die Führerscheinprüfung bestehen. Liegt aber auch daran, dass die Leute vielleicht sich selber zu viel Druck machen. Naja, vielleicht können wir den Prüfungsdruck mit ein paar Tipps ja etwas nehmen. Seit zwei Jahren ist es nämlich möglich, eine Prüfung mit einem Automatikwagen zu machen. Und danach darf man dann trotzdem Autos mit Schaltgetriebe fahren. Da gibt es eine neue Führerschein Klasse. Das ist vielleicht für alle diejenigen ein Tipp, die das Gänge schalten während der Prüfung zu sehr stresst. Ja, mir hat es damals auch geholfen, den Rhythmus in den Fahrstunden zu haben. Also zum Beispiel fest zweimal die Woche. Weil so habe ich das, was ich gelernt habe, dann nicht direkt wieder vergessen bis zur nächsten Stunde. Klar, ein bisschen üben auf dem Verkehrsübungsplatz hilft auch immer. Oder, so wie ich, ich habe in einem bereits geräumten Geisterdorf ein bisschen geübt, dass kurz danach dem Braunkohleabbau zum Opfer gefallen ist. Da gab es noch Straßen, aber eben keine Menschen mehr. Und deshalb war das perfekt. Ja, wenn auch verboten, aber wahrscheinlich ist das inzwischen verjährt. Deswegen kann ich das erzählen. Oder einfach nochmal zusätzlich virtuell üben mit einem Fahrsimulator und einer Virtual Reality Brille. Das bieten auch viele Fahrschulen an. Aber ganz egal, wie ihr euch vorbereitet. Wir wünschen euch jedenfalls viel Erfolg und allzeit gute Fahrt. Unsere Kurznachrichten. Der Dienstag war der heißeste Tag des Jahres mit 36,5 Grad in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Nach der Hitze kamen dann heftige Gewitter in vielen Teilen Deutschlands. In vielen Städten standen Straßen und Keller unter Wasser. Die Feuerwehr Karlsruhe hat von einer außergewöhnlichen Einsatzlage gesprochen. In Bayern ist ein Zug mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Und in Ostfriesland musste ein Pflegeheim evakuiert werden. Das Bundeskriminalamt soll nach einem Gesetzesentwurf des Bundesinnenministeriums zukünftig auch heimlich Wohnungen durchsuchen dürfen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland und beruft sich auf Sicherheitskreise. Die Maßnahme soll sich allerdings auf Einsätze bei der Terrorbekämpfung beschränken. Fünf Jahre ist es jetzt her, dass Juwelen aus dem grünen Gewölbe in Dresden gestohlen worden sind. Und jetzt sind sie in Teilen wieder zurück und können dort besichtigt werden. Allerdings sind sie beschädigt. Weil sie Beweisstücke im laufenden Prozess sind, konnten sie noch nicht restauriert werden. Für den Diebstahl sind schon fünf Männer verurteilt worden, die dem Remmo-Clan aus Berlin zugerechnet werden. Sie haben im Zuge eines Deals Teile der Beute zurückgegeben. Heute vor 75 Jahren wurde der erste Bundestag gewählt. Nach den Jahren des Nationalsozialismus, in denen es keine Wahlen gab, war das damals was Besonderes. Die wichtigsten Themen des Wahlkampfs waren Wohnungsnot, die Versorgung der Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Gebieten im Osten und die Frage nach dem Verhältnis zu Ostdeutschland. Mir wurde sehr oft irgendwas angeboten. Also da gab es praktisch alles. Also Kokain, alles, ganz viele Pillen, auch Snooze. Das ist Maya. Das ist aber nicht ihr echter Name. Den haben wir nämlich geändert, um sie zu schützen. Sie ist 15 Jahre alt und erzählt von ihrer Ferienfreizeit. Sie ist mit einem kommerziellen Anbieter nach Spanien gereist, so wie das ja auch tausende andere Kinder und Jugendliche machen oder auch schon mal gemacht haben. Recherchen unserer Kollegen vom SWR haben sich jetzt nochmal genauer damit beschäftigt, wie genau solche Kinder- und Jugendreisen eigentlich ablaufen. Die Erkenntnis der Kollegen war, Kinder und Jugendliche werden oft nicht genug geschützt. Das, was Maya da erzählt hat, ist nämlich wohl kein Einzelfall. In der Reportage, die wir euch auch hier in der Folgenbeschreibung verlinken, seht ihr zum Beispiel Interviews mit Betreuern, auch Ehemaligen und auch mit mehr Teilnehmern. Und die erzählen von Partynächten mit Minderjährigen. Sie erzählen von Drogen, Zigaretten, Alkohol und das eben sowohl unter den Betreuern, aber auch unter und vor allem auch mit den Minderjährigen. Damit wir uns da nicht falsch verstehen, da sind junge Erwachsene, die eigentlich auf die Jugendlichen aufpassen sollten, zu denen dann aber sagen, lass uns doch mal vorglühen und Wodka kaufen und dann feiern gehen. Und für Eltern ist das wahrscheinlich so ungefähr das Letzte, was man sich wünscht, wenn man seine Kinder für ganz viel Geld auf eine Jugendreise dann schickt. Ja, wir müssen das aber mal so ein bisschen aufdröseln mit den Urlaubsanbietern. Also es gibt ja ganz viele gemeinnützige Anbieter, also zum Beispiel die Pfadfinder, Kolping, das Rote Kreuz, die Messdiener und viele andere. Also zum Beispiel die Kirchen und Soziale Träger oder auch die Städte, die sowas ausrichten. Und dann gibt es eben die sogenannten kommerziellen Anbieter. Also die großen heißen zum Beispiel Ruf-Jugendreisen, Jugendtours, Go-Jugendreisen oder auch Mango-Tours. Ja, die sind jetzt nicht alle automatisch schlecht, das ist ja klar. Aber für die gelten nicht die gleichen Regeln wie für die gemeinnützigen Anbieter. Und es gibt teilweise große Qualitätsunterschiede. In der Reportage zum Beispiel hat ein Journalist nur einen fünfstündigen Online-Kurs gemacht und dann konnte er einfach sofort bei einer Organisation als Betreuer mitfahren. Und zwar ohne Vorkenntnisse, ohne Erste-Hilfe-Kurs und sogar ohne erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. Also ich war ja tatsächlich selbst zehn Jahre Pfadfinderleiter und da ist das anders. Man muss mehrere Seminare besuchen und so eine kleine Ausbildung quasi als Leiter machen. Da geht es dann auch um so Sachen wie Kindeswohl und Prävention von sexualisierter Gewalt. Das verhindert jetzt auch nicht alles, ist schon klar. Aber es schärft doch das Bewusstsein, also für mögliche Gefahren, wenn ich Umgang mit Kindern habe. Das muss ich schon sagen. Ja klar, kann ich mir vorstellen. Und so ein Führungszeugnis, das kann ja zumindest auch mal verhindern, dass zum Beispiel schon vorbestrafte Sexualstraftäter bei so einer Reise als Betreuer mitfahren. Der Punkt ist jetzt, und das bemängeln auch Verbände seit Jahren, es gibt eben keine gesetzliche Verpflichtung, Schutzkonzepte zu erstellen. Und es gibt auch keine externe Kontrolle von den Anbietern. Deshalb hat auch der Kinderschutzbund in Nordrhein-Westfalen gerade erst eine Forderung aufgestellt, nämlich dass genau diese gewerblichen Anbieter freiwillig Schutzkonzepte erarbeiten. Erstens, um die Kinder zu schützen, aber eben auch die Betreuer und die Organisation selbst. So, und die Frage für viele Eltern ist ja vermutlich, wie finde ich denn jetzt eigentlich einen seriösen Anbieter? Weil, dass solche Jugendreisen ja super sind für die Kinder, das ist ja unbestritten. Ja, auf jeden Fall. Also egal, ob jetzt mit den Fahrtfindern wie bei mir oder bei Rufreisen, sich da mal ohne Eltern eine gute Zeit zu machen, ein paar Wochen und sich auch so ein bisschen entwickeln zu können, das ist, glaube ich, schon super wichtig für Kinder und Jugendliche. Und ich kann das von mir selbst sagen, ich bin viele Jahre mit den Fahrtfindern in die Sommerlager gefahren. Das hat mich echt weitergebracht. Man kann mit den Anbietern beziehungsweise Organisationen im Vorfeld telefonieren und zum Beispiel dann auch ganz gezielt nachfragen, wie die Betreuer und Betreuerinnen geschult sind. Also auch mal fragen, ob die erste Hilfepässe eigentlich haben oder ob es Menschen gibt, die ja auch eine Rettungsschwimmerausbildung haben oder auch eine Jugendleitercard, die wird auch Julaika genannt. Das ist ein bundesweit einheitlicher Ausweis für Mitarbeiter in der Jugendarbeit und um diesen Ausweis zu kriegen, muss man mindestens 30 Stunden ausgebildet werden. Da geht es dann um sowas wie pädagogisches Basiswissen, auch psychologisch wird man geschult oder es wird auch eine erste Hilfeausbildung gemacht und auch Themen wie sexuelle Gewalt kommen da vor. Ja, das wäre ja dann ungefähr das, was ich als Leiter bei den Fahrtfindern machen musste. Wie gesagt, es geht ja auch gar nicht darum, der perfekte Betreuer zu werden, aber man wird auch im eigenen Interesse so ein bisschen sensibilisiert, wo man im Umgang mit Jugendlichen vielleicht vorsichtig sein sollte, weil ich bringe mich ja auch selbst in Schwierigkeiten, wenn ich gewisse Grenzen überschreite. Ja, außerdem gibt es so Qualitätssiegel, die auf eine gute Ausbildung der Betreuer hinweisen. Die findet ihr auf der Seite vom Bundesforum Kinder- und Jugendreisen. Und den Link packen wir euch in die Folgenbeschreibung. So, und jetzt müssen wir euch mal wieder ein kleines Smalltalk-Thema an die Hand geben. Ihr habt ja wahrscheinlich schon vom Street-Art-Künstler Banksy gehört. Sein berühmtestes Werk ist das Mädchen mit dem Ballon. Das war das Gemälde, das damals nach dem Verkauf durch so einen Schredder im Bilderrahmen zerstört wurde und für viel Aufsehen gesorgt hat. Sehr viel Aufsehen, kann ich mich noch gut daran erinnern. Herr Banksy hat in London in den vergangenen neun Tagen neun neue Graffitis auf Hauswände, Werbeplakate und sogar auf ein Polizeihäuschen gesprüht. Seine Motive waren zuletzt alles Tiere. Gestern war es ein Gorilla, der ein Rolltor anhebt, damit Vögel und andere Tiere fliehen können. Und das Bild hat er passenderweise am Zoo in London gesprüht. Und sonst gab es zuletzt von ihm noch zwei Elefanten, die ihre Rüssel zueinander ausstrecken. Dann noch eine Katze, die sich streckt. Ein Nashorn, das auf ein Auto klettert. Und ein Steinbock auf einem Wand vorsprungen. Alle Motive sahen auch so aus, als wären es nur die Schatten der Tiere. Bei Banksy immer mit schwarzer Farbe und Schablonen arbeitet. Das ist so sein eigener Stil. Ja, aber warum jetzt die vielen Tiermotive? Na klar, Banksy transportiert mit seinen Werken oft eine politische Botschaft. Und deswegen vermuten gerade viele, dass er auf Tierschutz aufmerksam machen will. Und gleichzeitig auch kritisiert, dass Tiere in Zoos gehalten werden. Das hat er früher auch schon mal gemacht. Das waren jetzt neun neue Banksy-Werke. Aber vermutlich kommt auch keins mehr zu dieser Bilderserie dazu. Das hat Banksys Team offenbar der BBC mitgeteilt. Also ein Team hat er offensichtlich, weil es ist ja immer noch unklar, wer oder was Banksy eigentlich genau ist und wie viele Leute dahinter stecken. Es liegt nahe, dass der Künstler oder die Künstlerin oder eben das Künstlerteam aus Großbritannien kommt. Manche mutmaßen, dass Banksy aus Bristol kommen könnte. Das ist so eine 500.000 Einwohner Stadt in Südengland. Da gibt es viele Theorien, aber keine davon ist wirklich bestätigt. Wir wissen eigentlich immer nur, dass es was Neues gibt, weil Banksy das auf seinem Instagram-Profil dann selbst öffentlich macht. Aber wie kommt es denn eigentlich, dass wir immer noch nicht wissen, wer Banksy eigentlich ist? Also ich meine, theoretisch könnte man ihn oder sie ja dabei beobachten, wenn gerade gesprayt wird. Und das haben wir auch Dr. Ulrich Blanchet von der Universität Heidelberg gefragt. Der beschäftigt sich schon seit Jahren mit Banksy und er hat uns erzählt, dass es immer wieder Fotos gibt, auf denen vermutlich Banksy bei der Arbeit zu sehen ist, wie gerade ein neues Kunstwerk entsteht. Zum Beispiel bei diesem Steinbock auf dem Wandvorsprung, der jetzt neu ist. In der Nähe hat eine Überwachungskamera gegen 5 Uhr morgens aufgezeichnet, wie zwei Männer auf einem Van mit einer kleinen Arbeitsbühne stehen. Die haben Bauarbeiterklamotten an, tragen auch OP-Masken, damit man ihre Gesichter nicht erkennt. Und eine britische Zeitung glaubt, dass es sich dabei um Banksy und einen Helfer handeln könnte. Aber auch dafür gibt es keine Beweise. Ist doch schon irgendwie witzig, oder? Dass seine Identität immer noch verborgen bleibt. Ich meine, er hat ja auch schon Kunstwerke tagsüber in der Öffentlichkeit gesprüht. Und auch da scheint es dann viele Helfer zu geben, die die Menschen rundherum ablenken. Zum Beispiel, kein Witz, indem sie lautstark einen Streit anzetteln, damit Banksy dann in Ruhe sprayen kann. Das ist alles professionell. Es wird Banksy auch nachgesagt, dass er die Orte für seine Kunstwerke tagelang ausspäht, um dann genau zu wissen, wie viel Zeit bleibt, bis zum Beispiel wieder eine Polizeistreife vorbeifährt. Also das ist alles Teil seiner Kunst. Das gehört alles zusammen, nicht nur die Bilder selbst. Er ist quasi Künstler und Detektiv in Personalunion. Wenn wir jetzt eure Aufmerksamkeit gekriegt haben und ihr tiefer einsteigen wollt, dann empfehlen wir euch den Podcast unserer Kollegen vom rbb. Der heißt Banksy, Rebellion oder Kitsch. Und da geht es unter anderem um die vielen Theorien zu seiner Identität. Den Podcast haben wir euch in der Folgenbeschreibung verlinkt. So, zum Schluss wollen wir euch nochmal ermuntern. Sagt uns doch gerne mal, was euch an unserem Podcast gefällt und vielleicht auch, was wir aus eurer Sicht noch verbessern könnten. Wir sind da auch immer offen, da noch für Themenvorschläge. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Ja, könnt ihr uns gerne schreiben oder auch direkt eine Sprachnachricht schicken. Da freuen wir uns. Es geht per Mail oder per WhatsApp. Unsere Nummer findet ihr in den Shownotes. Speichert die auch gerne ab und dann werdet ihr so Teil unserer Community. Wir freuen uns auf morgen. Bis dann. Tschüss. 15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk. Heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.